Wir befinden uns gerade in der Penthouse Suite im Jumeirah NSC. Die Suite hat jetzt 800 Quadratmeter, man hat den direkten Blick zum Burschallara, was auch zu der Jumeirah Gruppe gehört. Wir sprechen hier über ca. 800 Quadratmeter mit verschiedenen Schlafzimmern, Infinity Pool, eigenem Fitnessstudio. Und das ist quasi das Juwel des Hotels mit ganz, ganz vielen anderen Dingen, die wir natürlich noch für unsere Gäste haben.